So, wo lüppt sie denn, die Brasse? Wo ist sie denn? Da sind sie doch, die Brassen. Geht doch. Leute, ab geht es. Einfach mal wieder gucken, wo denn die Brasse lüppt. In den letzten Tagen und Wochen war ja so wenig von der Brasse zu sehen und zu hören. Und das kann doch nicht sein. Letzten Endes an der alten Festung, da gibt es so viele Stellen, wo man sich hinstellen kann. Und zack, ballert da natürlich auch irgendwann mal wieder die Brasse rein. Letzten Endes kann man viele Stellen, wie gesagt, testen. Und eine, die jetzt hier zum Beispiel funktioniert, die zeige ich euch heute. Also, gucken wir mal eben rein. Wir sind hier natürlich an der alten Festung vom Setup her sehr klassisch zusammengebaut. Und ich sehe gerade, ich muss gleich wieder ein bisschen den Futter-Mische nachballern. Apropos Futter-Mische, da fällt mir gerade ein, es gab ja jetzt in der letzten Nacht noch mal ein Update zu den Dips. Zu den Dips. Und da hatten wir ja das bisschen das Theater mit den Dips. Ähm, ich gucke gerade mal. Ne, mein Bananendip ist immer noch nicht da. Ich hatte zuletzt den Bananendip drauf, der ist noch nicht da. Aber so wahnsinnig viel war, glaube ich, auch nicht mehr drauf. Hier waren noch die Dips. Ich baue das nochmal eben alles zurück. Gehe nochmal auf eine ganz andere Montage. Ja, da hieß es jetzt zuletzt, das soll mit dem Update in der letzten Nacht, ähm, irgendwann Stück für Stück wieder zurück regeneriert werden. Ähm, aber noch leider nicht zu sehen. Ich bin gespannt, ob sich da noch was gibt. Wenn sich da nichts gibt und wenn das alles irgendwie weg bleibt, kann man sich, ähm, da gibt es im Forum ja extra noch einen Beitrag zu, ähm, an eine E-Mail-Adresse wenden. Und sagen allen, mir fehlt der Dip. Ähm, ja, bei mir, wie gesagt, auch leider noch nicht da. Aber den Bananendip brauchen wir ja gerade nicht, denn wir sind gerade hier auf Brasse aus. Ich stehe jetzt hier gerade seit, oh, das war fast zu weit geworfen, ey. Seit rund 10 Minuten stehe ich jetzt hier. Ich ziehe nochmal ein bisschen zurück. So. Und dann sieht man auch schon, wenn ich jetzt, jetzt habe ich gerade ein bisschen zu weit geworfen. Jetzt ziehe ich gerade halt noch ein bisschen zurück. Und dann sinkt die Schnurspitze vorne noch weiter runter, noch steiler runter. Das heißt, wir sind noch mehr in der Tiefe. Noch mehr an der tiefen Stelle, wo wir sein wollen. Da sind auch mal ein paar kleine bei. Alter, sogar ein Dübel. Auch nicht schlecht. Hier habe ich jetzt gerade, ich habe unterschiedliche Köder dran. Machen wir nochmal das Brasselfutter drauf. Und dann gehen wir natürlich auch gleich auf Set ein und so weiter und den Clip und was nicht alles, dass wir dann auch alles haben. Und hier ist aber gerade ausgeworfen und auch sofort wieder bis. Ja, unterschiedliche Köder. Ich würde sagen, das sind so die klassischsten Köder, die funktionieren. So soll das sein. Auch hier haue ich jetzt mal wieder den Brasselköder drauf. Standard-Brassenköder ohne irgendwelche Variationen ganz normal hergestellt. Natürlich mit Qualität. Das heißt also, wenn ihr in dem Levelbereich seid, dass ihr vielleicht gerade frisch hier an der alten Festung seid, dann gucken, was ist gerade wichtig fürs Brassenangeln. Denn Brassenangeln wird ein ganz schwerer und ein ganz wichtiger Punkt sein für euch, für den nächsten Level. Einfach der Fisch, der übelst ergiebig ist, was das Silber betrifft. Aber natürlich auch die XP. Das heißt, wenn ihr im Grundangeln seid, habt ihr eigentlich viel Zeit. Man muss hier lange nicht skillen, bis man irgendwann bei der Karpfenroute ist, Pop-up-Rig und Schlaufenmontage. Also, wenn ihr Grundangelt, Stationärrolle kann man skillen, dann kann man lange Zeit nichts skillen. Inline habe ich geskillt, einfach mal um es zu testen. Ich würde aber auch im Moment jederzeit wieder auf Schlaufenmontage umskillen. Also, anfangen halt mit der Karpfenroute, Pop-up-Rig, Schlaufenmontage skillen. Klassische Haar-Montage kann man auch machen. Aber das ist eben tendenziell auch eher für später. Schlaufenmontage ist der Knackpunkt. Damit wollen wir hier auf Brassen angeln. Und dann geht halt auch los. Und was ist der Vorteil, wenn man so spät die Skill-Punkte verteilt im Grundangeln? Der Riesenvorteil ist, dass wir Punkte übrig haben, ganz lange Zeit, im Low-Level-Bereich. Und damit gehen wir dann natürlich zum einen in die... Wo sind wir denn hier? Wir brauchen Points einmal für die... Hier fangen wir an. Genau. Angelfutter-Zubereitung. Hier müssen fünf Punkte oben rein. Dass wir dann auch hochwertige Angelfutter herstellen können. Es hilft ja alles nichts, wenn wir so ein Angelfutter zusammenpumpen. Das ist Qualitätsstufe 1. Wir schmeißen das ins Wasser und die Barrassen denken sich... Was soll ich damit anfangen? Wollen wir nicht. Also gute Qualität. Also gute Qualität, 9er und 10er Qualität. Wenn ich jetzt Angelfutter herstelle, fünf Punkte reingestellt. Wie gesagt, dann ist es 9er oder 10er Qualität. Das ist halt top. Und die fünf Punkte ballern wir dann halt rein. Dann muss man natürlich auch noch ein bisschen weiter skillen, dass man hier vielleicht Perlengraupe herstellen kann oder auch Knoblauchteig. Da müssen halt die Skillpunkte oben gemacht werden. Und dann lübt der Lachs. Und auch ganz wichtig, das Silber, was ihr hier verdient. Die ersten zwei, drei Kescher, die man hier dann sich zusammenangelt, komplett auch wieder rein investieren in die Köderherstellung. Ja, braucht man einfach. Gucken wir nochmal eben rein hier in die Sets. Das Set ist relativ simpel zusammengebaut. Wenn man hier mit dem Feeder-Set Start zum Beispiel sich hinstellt, kann man hier wunderbar auch damit angeln. Das heißt mit einem kleinen Set. Ja, Futterkorb halt dran. Die Futtermische da dran. Und dann ruhig einen Einserhaken, einen großen Haken, Viererhaken, Einserhaken. Viererhaken würde ich schon sagen, Minimum. Gerne halten, etwas größeren Haken. Und dann verschiedene Köder. Erbsenbrei. Man könnte sogar einen Mistwurm verwenden. Jetzt hier ballert es gerade wieder rein auf den Knoblauchteig. Äh, die nächste. Schönes Ding. Und, häp, raus damit. Knoblauchteig und Perlengraupe geht natürlich auch. Hier sehe ich gerade, habe ich das Vorfach vergessen. Aber auch ohne Vorfach hat es tatsächlich auch funktioniert. Alter Falter, ey. Einmal mit Profis, ey. Vorfach habe ich gar nicht so klein gewählt. Denn ich will ja hier nicht den langen drillen. Und wenn du dir überlegst, ich nehme hier einfach so ein gekauftes, ne. Also nicht, dass man sich da eins bastelt. Ähm. Ist alles viel zu teuer. Zack, einfach so ein gekauftes Vorfach. Raus damit. Fertig. So, dann lübt das auch. Also, dreierlei. Und dann einfach testen anfangs. Gerade, äh, am frühen Abend gucken, auf welchen Köder beißen die Brassen am ehesten. Dementsprechend dann alle drei Routen umbauen und darauf optimieren. Momentan habe ich den Eindruck, dass der Knoblauchteig tatsächlich sehr gut funktioniert. Und wenn ihr dann schon so weit seid und so pfiffig seid, dass ihr... Eppah. Alter, 3,9. Ja, der schmeckt aber. Ähm. Wenn ihr dann schon so weit und pfiffig seid, dass ihr, ähm, Köder weiter kombiniert, dann kann man das natürlich machen. Das heißt, ihr nehmt euch die klassischen Komponenten aus der Brasse. Wo haben wir sie? Hier Brasse. Da haben wir ja nur zwei Komponenten drin. Und dann könnte man diese vier Komponenten nehmen. Ballert die hier rein. Und dann hat man ja noch zwei frei. Das heißt, zum einen könnte man hier, ähm, nochmal irgendwas oder zwei Komponenten nochmal mit Knoblauch nehmen. Einfach machbar, ne? Wenn man hier einfach mal guckt. Knoblauch zum Beispiel. Hier gibt es intensiven Knoblauch. Das ist aber, jetzt geht es halt schon wieder los, ne? Man könnte hier diese Pellets nehmen. Ähm, einfach hier, keine Ahnung, nehmen wir vielleicht mal die größeren. Achter und hier ist ein Zwölfer. Ähm, und die ballert man da einfach mit rein. Kein Knoblauchfeeds. Oder man macht hier so ein Boily, zerschreddert den und macht den mit rein. Also, absolut möglich. Was haben wir hier noch? Knoblauch und Kräuter. Vielleicht eher weniger. Knoblauch und Muschel. Hm, vielleicht auch nicht zwingend. Aber Knoblauchboilies gegrindet oder einfach hier diese Pellets mit reinballern. Kann man machen. Denkt dran, es wird natürlich wieder teurer. Das heißt, man ballert sofort wieder mehr Geld raus. Ähm, und es ist halt nicht gesagt, dass das dann auch zu 100% funktioniert. Aber man hat halt durchaus auch die Chance, dass das halt klappt. Joa, Erbsenbrei klassischer Köder. Ähm, Mistwurm klassischer Köder. Ähm, man kann es mit einem Eierteig probieren. Knoblauchteig hatten wir. Perlengraube, Quark. Funktioniert, genau. Das sind so die klassischen Köder. Ähm, wie gesagt, gerade bei mir zur Zeit der Knoblauchteig mit am besten. Ich werfe, ihr seht es vielleicht, ich werfe gar nicht weit aus hier an der Stelle. Ähm, mein Ziel ist hier drüben die kleine Birke. Die da vor dem großen, vor der großen Fichte oder was das ist, da steht. Die leuchtet auch schön. Auch in der Nacht sieht man die ganz gut. Und dann kann man die ganz gut anwerfen. Grob immer in die Richtung. Ich habe hier einen Clip so von, je nachdem wo man halt steht. Ganz so nah am Wasser soll man ja nicht stehen. Also ein bisschen weiter zurück. Sagen wir mal so rund 12 Meter. 11 bis 12 Meter als Clip. Und ich stehe hier, ja, ganz nah. Hier in dieser kleinen Vertiefung. Hier jetzt einfach getestet. Man muss nicht weit rauswerfen. Man hat es auch hier im Chat gesehen. Jede Menge Brassen, die jetzt in der Nacht gerade reingegangen sind. Und das ist halt so der Knackpunkt. Das lohnt sich. Da kann man auch mal ein bisschen Gas geben. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Das ist der Spot. Da kann man ordentlich mit rausziehen. Und dann von der Zeit natürlich auch wieder ganz klassisch mit den Brassen. Abendstunden bis in die Morgenstunden. Ich würde sagen so ungefähr bis 10 Uhr morgens. Da lübt das ganz gut. Und es sind auch hier als erstes, es sind sogar Güster mit rangegangen. Hier vielleicht dann später auch nochmal den Köder ändern. Oder eben hier auch mit auf Döbel gehen. Lohnt sich auch. Wenn man da vielleicht mit einem Wurm, vielleicht einfach sogar mit einem Regenwurm sich hinstellt. Kann das auch tatsächlich am Tag über, tagsüber ganz gut funktionieren. Deswegen, das hier mag ich ja nicht so gerne, wenn die so weit runterhängen, kurz K drücken. Wieder mit Y ein bisschen nachstraffen. Aber so doll soll die Spannung da irgendwie nicht immer sein. So, so lübt das und so soll das laufen. Petri, ihr Lümmels. Zieht raus die Brocken. Jetzt sind ja nochmal ein paar Feiertage. Macht euch die Taschen voll sozusagen. Gönnt euch ein paar fette Brassen. Und ja, kommt gut ins nächste Jahr. Es gibt natürlich morgen auch nochmal ein Video. Und ja, wir sehen uns dann im Livestream erst am nächsten Sonntag. Und auf YouTube halt im nächsten Video. Petri. 8. Bis zum nächsten Mal.